Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier zu Lone Drifter Gaming Presents Requiem 2. Ja, falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt gucken wir mal, wie Trixys Reise weitergeht. Wenn es denn... Äh... Ja, wieso... Ah, so. Ja, und wie... Z. X. SDRG. Enter. Okay. Probieren wir alle Tasten aus. Oh. Äh... Da war ich etwas zu schnell, sorry dafür. All right, this looks like the cave Socorro was talking about. Ah, wir spielen Twilight. Jetzt wird sie die Pflanze finden. Okay. Steuerung ist... Oh, Twilight, jetzt bist du ganz feucht geworden. Yay. Wir können fliegen. Nein, wie meinst du? Twilight ist die Pflanze. Twilight ist die Pflanze. Plansch gerne, unsere kleine Twilight. Naja, wenigstens bleibe ich nicht mehr oben am Dings hängen. Nee, ich tu schon wieder, Alter, du hast mich schon im ersten Teil. Was war das? Oh, come on, Twilight. Twilight. Hier genau... Das sind nur... Tricks. So. Man... Irrt sich. Die Fantasie geht mit einem durch. Exit. Oh, es looks really deep. Sieht sehr tief aus. Ja, einfach tief einatmen, so. So, und tief einatmen. Ui, 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 ui. Toll. Fast meine ganze Energie ist schon flöten gegangen, wegen dem Scheiß. Okay, das ist keine gute Idee. Okay, ich muss da lang. Scheiße. Okay, das würde auch... Hier unten dieses... Bläsele erklären. Oh, 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 nein, nein, nein. Oh, und er fängt mal wieder ganz von vorne an. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Ein bisschen sehr heftig. Oh, nein, 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 nein. Ich bleib noch ein bisschen da, so. Okay, weiter geht's. Noch ein bisschen länger durchatmen. So, kurz. Und weiter. Oh, pfuh. Aber jetzt wieder... Ah, okay, wir waren voll. Okay, noch einmal kurz. Und weiter. Und Twilight, mach mich nicht kirre. Oh, halt. Wirst du wohl durchatmen und... Und ab geht's. Okay, 3, 2, 1 und go. Kurz warten. Und weiter. Okay, ein bisschen Damage haben wir jetzt bekommen, aber das ist ja nicht so tragisch. Oh, Moment mal. What an Equestrian? Da ist doch... Das sieht mir so nach Trixie aus. What is this? Was wird? A Pony? Ja, Trixie. Oh, oh. Oh. Aber wir haben ja Magie, also von daher... Oh, ja, ist ja gut. Auf hier schießen einfach da doch mal so ein bisschen... Musik wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Oh, ist das etwa... Oh, bin ich. Oh, ich hab gestern zu viel getrunken. Trixie. Äh, die große und mächtige... What? Äh, Twilight. Äh, ich bin die große und mächtige Trixie. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Was machst du hier? Äh, ich hab keine Ahnung. Was machst du überhaupt hier? Äh, du warst in irgendeinem komischen Kristall... Teil, äh, eingeschlossen und... Was ist mit dir passiert? Äh, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich wollte nach Ponyville und dann, äh, war da so ein Sturm und... Bla, bla, bla. Aha. Irgendwelche komischen Geräusche hier tief in den Caves. Sie wollte es untersuchen und dann... Etwas hinter ihr und dann... Bam! Blackout. Äh, es war's Gutes, dass ich dich gefunden hab. Ja, äh, können wir jetzt gehen? Alright. Ich dachte, Twilight sollte ihr folgen. Äh, andersrum. What do we have here? What's the problem? Just the rockslide. Don't worry, I'll handle this. It's too dangerous. Blasbos, rocks. One by one? Are you kidding me? Willst du mich veräppeln? Done it? Please. Hallo? Irgendwas kommt da. New plan. I shift the rocks, you do whatever thing is... Around princess. Äh, danke. Spider-Man! Twilight, bist du da bald mal fertig? Na, dieser verdammten Schiss, Mistfiecher. Okay. Bam, bam, bam. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, ich bin ja nicht blöd, ich stelle mich einfach hierhin. Hä, hä, hä. Twilight fertig. I try, it's real heavy. Na, ja, ihr zankt. Ich hab das nie gesagt. Ach, vergiss! Ja, kommst du mit? Ach, der bleibt doch da. Ah, äh, Twilight. Ach, der darf hier mit Twilight spielen. Auch nö, nicht schon wieder das, der blöde Ding. Komm, lass mich, lass mich drühen. Ich tue dem nix, du tust mir nix. Komm, wir nicht mehr. Das war jetzt unfair. Und, und, nö, dich! What? Äh, okay, okay. Wer ist da? Was bist du? Are you? Bist du ich? Komm, wir nicht näher. Bleib weg, bleib weg. Ba-bam! Äh, das ist nicht ein Passwort. Nooo, geht weg. Blabbingung. Oh, shit. Nein, das war eine Sackgasse. Ah, super, ich komme hier gar nicht mehr rauf. Oh, das ist nicht gut. Okay. Twilight! Let it all. Ey, das finde ich nicht schön. Und das finde ich auch nicht schön. Das ist unfair. Ey, das ist doch jetzt nicht wahr. Nur wegen einem kleinen Fehler. Das darf nicht wahr sein. Egal, ich probiere das jetzt gleich nochmal. Ich beende jetzt erstmal den Part und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich melde mich vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, bei Requiem 2, beim Good Ending. Wieder bis dahin, Leute. Tschüssi. Ich beende Kofsky. Tschüssi. Vielen Dank.